so und auch endlich wir sind mit dabei bei der battlefield 4 beta auf der anderen seite der leitung hockte wie immer natürlich gewohnt der fabian und der versuchte jetzt gerade beizutreten was noch überhaupt nicht möglich ist und der hat wird schon war der wird schon erstmal hätte richten und dann kann ich scheiße auch trägt man ja losgehen das wird jetzt wahrscheinlich sowieso ist man reines teil aber ich habe mir die steuerung zwar gerade angeguckt aber ja ich bin der hallelujah you have been placed in quite one of one du stehst in der warteschleife ist ja richtig geil wir fangen wir fangen mit dem engineer ankommen ja ich habe gestern schon dieses komische alter ich habe doch keine textur ich habe keine texture das ist scheiße ich hatte gestern so ein komisches zucken was die ganze zeit dazu verleitet hat schon battlefield zu zocker zu zocken man sagte mir nach ich hätte ein verhalten wie nach einem schlaganfall gehabt jetzt kommen wir langsam die textur an naja so langsam da sind noch 168 tickels alle gehen aber schnell runter alter verwalter du gut also ob ich da noch beitreten kann heute das ist fraglich das haus ist schon gefallen das haus ist schon gefallen ja ich bin gestern von dem ding erschlagen worden und ich bin direkt mal drauf gegangen wieso auch nicht ich habe hier gerne bei armen time to deploy acht sekunden ja ich gehe dabei echt du solltest mal den scharfschützen ausprobieren beziehungsweise dessen pistole ich weiß nicht welch oft ob du die jetzt auch auf den anderen klassen hat also ich nicht was hat denn der vereine p226 ist nicht sauer oh scheiße ich wollte gerade mal gewohnheitsmäßig ja da bin ich hintergekommen wie das geht aber ich habe jetzt rausgeguckt wo man ausfahrzeugen ach ja da kannst du ja befehle mitgeben da bin ich ein geiles wisseltier äh nein oh doch nein das bin ich wo gammelst du denn in welchem spot bist du schiener mann ja scheiße ich bin schon wieder drauf gegangen aber ich habe schon mal ein panzer zerstört das ist die hauptsache also ich bin diese ich bin die staubwolke ex geben also der lebt bei mir die textur nicht noch bei mir läuft ohne probleme du bist total bescheuert ich habe keine texturen quasi total merkwürdig naja dann ist es ja noch eine beta aber wir haben natürlich wenn du vielleicht ja wie ihr schon wisst für die vier vorbestellt ja und welches gebäude weiß ich nicht das sag ich dir jetzt nicht wenn du nicht in meinem team bist doch ich weiß in welchem ich weiß in welchem aufzug du sein wirst ey was ne scheiße ich bin fest davon ausgegangen dass die tür auf der anderen seite aufgeht und bist erschossen worden ja das natürlich ich hab 0.3 ey pack mich mal hart am arsch ne ne so last man in squad ja wie nett ja wer liest das nicht gerne all die pistole ist geil jetzt squad leader ach man das kann doch nicht wahr sein dann ist es halt gelogen bin ich dir grad so scheiße das ist das bist du schon die ganze zeit es fällt dir nur jetzt erst auf ja dankeschön keine ursache ich verwirr mich auch dass er die texturen nicht nachlädt äh boah jawoll den ersten hab ich gekriegt dein erster abschiss ja aber sicher doch ich hab aber auch nur ne mp fatmecker aber bist du in nem panzer? nein gerade nicht ja komm warum ist er sich versteckt hier he he kommt raus und zeigt euch und den nächsten gekriegt ja jetzt gehts aber los hier du ich sag ich dir jetzt fang ich nicht wow ich hab grad den panzer gekillt der dürfte sich jetzt richtig schön ärgern wer ist er denn? he he das ist blöd ohja da machst du nix ey der typ muss sich grad so übelst geärgert hab ich bin im dach über dem gewesen als charge schütze und der charge schütze hat ja jetzt schön strengstoff dabei mhm der fährt vorbei ich bring mit dem Fallschirm runter hinter dem zwei Stück dran und dann gib ihm für die rein nein das ist noch vorbei schade ich hab grad fast ein heli runter geschossen ich glaube ich finde es krass wie die die Staubwolke gemacht haben ja dass der ganze Boden jetzt mit diesem Staub bedenkt ist obwohl das ja schon stark irgendwie an deinen 11 erinnert ne ein bisschen jawoll jetzt bin ich eingespült denn jetzt gehts ab war da in Schweden oder in Norwegen? Schweden ne? ja ich mein schon kommst du denn jetzt rauf? wir hätten Amerikaner dieses Spiel her gemacht und dann ein Hochhaus einstürzen lassen? ja auf jeden Fall fuck scheiße sind wir doch tatsächlich am verlieren ja glaubst du denn? ja 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 scheiße 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 ja du hast lost es ich loste auch und ich hab erst gedacht echt du bist auch US gewesen? ja jetzt bin ich auch US gewesen keine Ahnung der scheint irgendwie zwischendurch mal gewechselt zu haben ah ja ja coole Sache ja gut das war's dann auf jeden Fall jetzt für die erste Runde kurzes intro video mehr oder weniger ja folgt die nächste Runde für uns jetzt gleich und für euch dann morgen ein da number ab das war's und auf jeden Fall ja mach